Servus, heute geht es wieder weiter bei der SV Reed, und ich habe es ein bisschen gesagt wegen Aufstellung, der Herr Jonas hat ein bisschen mehr geschrieben, ein bisschen mehr, also ein Eko ist immer Ausleichen, also da ist ein Eko Ausleichen, ich weiß nicht, eigentlich ist es auf die Flügel rein, sieht es eigentlich, da muss ich noch schauen, vielleicht tun wir es dann oder nicht, und Walch auf links oder rechts, Ademisch Türmer und Fischler, so zwar da, und Walch, mit ein bisschen so, da fügen wir das Handy an, weil keiner nur rechts spielt, ein Möschl, ja für ein Möschl, den wir so einen so zwingen, die sagen, gescheitert hat er den Nutzt, toll, ja, ähm, was für Spieler, den wir holen sollen, hat keiner geschrieben, ist ein bisschen enttäuscht, ein bisschen, also lassen wir es einmal so, wie sieht es, werden wir mal schauen, wenn es beim Walch auf der rechten Seite nicht hier haut, dann werden wir da ein bisschen umstehen, weil Fifi-2 möchte nicht spielen, weil er nicht mehr für den Eltznik, der könnte links auch spielen, ne? Hm, das war noch, das irgendein Verteidiger möchte, wo ich einen rechts Verteidiger und links im Mittelfeld, dann halt. Oh, ich bin mir auf die Tanzverlösung, jetzt muss ich schauen, muss ich da noch schauen, geliehen, na, ich habe ein Brader und Schubert, ein Frank, wieso kurz leih? Ähm, ganz höher, nein, kurz leih wegen einem Vertrag, nein, machen wir ganz höher, scheiß dran. Ah, so ein Nassi-Gott, na, scheiße, erster Fehler. Ein Vertrag aufgelöst. Ah, wie, 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 fack, wie hat er geheißen? Frank. Wenn ich fixe. Frank. Hör mal nachgenommen. Valentin Frank. Super, gell? Gut, wenn er ein Nassi-Hörer, oder? Das ist der erste Fehler von mir, aber jetzt schauen wir mal auf die Wunschliste, da wird ein paar rum. Also, Fakas als Rechtsverteidiger, der, wo es recht gut war, in FIFA 16. Ein Liner, da haben wir den vielleicht zurückgeholt. Also, da waren die zwei Rechtsverteidiger, werden ein paar beobachten lassen, mal schauen, wie das auswiegt. Dann nochmal ein D-Bone, ich glaube, dass der fast stark wird. Ein Rotpuller, was auch bei uns einmal war. Windbichler, Margreta, das war gut eigentlich. Da links hätte ich nur einen Gruber. Wieso nur Gruber? Ich will, weil ich schon wieder schaufelte. Mittelfeld. Luxbar, ja, der war rechts im Mittelfeld. Der Nitznik war auch Option. Hier oben, Heucherbip, weiß ich nicht, Schmerböck, weiß ich auch noch nicht. Ja, mal rechts, mal schauen, ob er links auch kann. Ein Luxbarer, da schauen wir auch, gell. Der Mann, der folgen, alle dazu erst abschließen, gell. Das war super. Ähm, mal da schauen, nein, ich brauche nicht schauen. Ein Luxbarer, der kann sogar links, das ist gut. Und die Teiljahre ist schon gerade die, gar links. Also ich werde jetzt ein paar Anfragen machen beim Liner mal. Beim Rotpuller oder beim Windbichler, das ist jetzt die Frage. Ich werde eher einen Rotpuller holen. Liner, Rotpuller. Wer war mir da am Leben? Dann probieren wir es bei ihm einmal und bei Wernetznik. Dann sehen wir es eh, was es rausgegeben da und jetzt haben wir nicht mehr so viel Budget, weil ich so einen Scheißfälle gemacht habe. Wir haben 2,77 Millionen Budget. Ist nicht schlecht. Dann haben wir gar keine Anfragen, wenn ich es zu ihrem Verein zu ermöglichen. Das war klar. Rotpuller, aah, uh. Uh. Okay. Ist es gegangen noch? Wenn ich es nicht gegangen, auch. Rotpuller ist ja ein bisschen viel. Wir probieren es einmal mit 500.000. Er kriegt der Hund voll viel Kohle. Mein Handy leidet schon wieder. Und der Jury, Jaddi. Ich weiß nicht, vielleicht ist er jetzt schwach. Wenn der jetzt schwach ist, dann hätten wir den Weg eingeschissen. Es dauert also lang bis das D-Deppen da. Auch der. Wir waren 575. Wenn jetzt nicht, war nicht schlecht. Da war wirklich nicht schlecht. Meine Liner. Da haben wir 400.000. Ich habe ein paar Angebote gemacht, was gut ist. Wenn wir da einmal ein bisschen simulieren. Wenn wir da ein bisschen ein Girl rauskriegen. Und gegen Westerlo geht es. Da folgen wir sicher wieder so lang. Oh mein Gott. Okay, gleich jetzt haben wir die TV. Scheiße. Spieler, was? Für was passt das? Taust ihr denn? Ja, sieben Tag, geil. Drei noches gespielt. Es fängt schon gut an. Es fängt schon sehr gut an. Was haben die Boten? 700.000. Boah. Hm. Es ist mir hochgegangen. Es haben wir ein 725. Was nicht so tragisch war. Ja, wenn ich es war, war einer der Besten da. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal g'schein schauen. Ähm. Ich glaube, wir haben ein paar Abschlussberichte. Äh, ist doch wertvoll. Ja, ey. Komm. Wollen wir sie mal an, oder? Ich habe ja so viel Gewalt gekriegt. Es ist ein bisschen zu früh für mich. Wenn wir schauen, ob wir da... Ich will jetzt hier noch ein paar Abschlussberichte. Wischenbogen... Uh. Äh, ist gut. Äh, ist gut. Ähm. Ich muss den anderen. Ich glaube, ich habe noch ein paar Dage. Ah, solba. Uh, uh, uh. Äh, ist nicht schön. Ja, wir wissen da noch nichts. Äh, das ist, äh, das ist, äh, das ist, äh, das ist auch noch ein bisschen zu gut. Was weiß ich, wenn ich mich dann bin, sie machen wollen. Wenn ich boah, inakzeptabel, 600.000. 400.000. Ich glaube, dass er jetzt hoch ist. Dann facken, schauen wir mal. Er ist so gut, glaube ich. Warum haben wir es noch? Wenn er wird, wird es. Komm, wir sind schon gut. Ich habe nicht so viel Geld, ne. Super, einer gesperrt, einer verletzt. Pfff, Antonitsch und... äh, ein paar anderen. Sieh, ja. Ich habe einen Innenverleidigung, wir haben keinen. Ich habe keinen Innenverleidigung. Nein, ich gehe nicht aus. Das mache ich nicht. Es ist erst gekommen und... Ja. Ich komme nicht da, wahrscheinlich. Nicht so viel da. 3-1 geht doch. Tschüss, du machst da durch. Wie ist das, ähm? Ähm, mhm, mhm. Abgelehnt. Abgelehnt. Wird sich akzeptiert. Dann wollen wir jetzt gleich mal den ersten 24 machen. Weil, wenn wir nicht sich quasi, dass er gut ist. Alles gut. Der muss eine 66er Bewertung haben. Nein, an 400.000 abgelehnt. 600.000. Mal schauen. Ich hoffe, wir kriegen ein bisschen Geld da raus. Ein paar, ey, den... Glaub, da. Dann vielleicht noch irgendwo. Beim Holen. Oh, jetzt geht's. Jetzt, das ist mir wurscht. 400.000 haben es akzeptiert. Was, wenn ich es nicht... Ja, da habe ich schon was. Ey, die haben wir echt. Nein, Rotbullar wird nichts, nein. Da lehne ich auch. Da, weiß ich noch nicht. Storbonati ist zu schwach. Oder nur der Luchsbacher ist auch zu schwach. Da, ähm... Sonst ist er so. Ey, lass ihn mal um. Ach, Winterpichler, lecker. Räucher ist nicht so schlecht. Nicht mehr bis jetzt langsam für die Außen. Aber sonst... Ja, warte mal. Das... Nein. Mal spielerlöschen, ne. Geht so 10 Minuten. Die ist schlicht. Aber was ja... Super. Trainer-Bewertungs-Update. Wir sind auf 79. Schon gefallen. Wir haben nichts nicht gerade akzeptiert. Und wir werden auch ohne. Und wir haben den ersten 3-4-Mann. Jawohl. Das ist mal sehr gut. Top-Spieler schilder. Gut, jetzt mal schauen. 65. Ja. Ist nicht schlecht. War der nicht schneller? Der müsste eigentlich schneller sein. Nein. Wenn man Hons hat, kann man auszählen. Wer nicht snick. Mal schauen. Innenverteidiger, rechtsverteidiger. Und dann... ...häppern. Häppern. 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 Jetzt haben wir einen Abschlussbericht. Das ist gut. Ja, er wird sprachen. Er ist... Aha. Ja, ist... Ist der. Wenn man's dengerührt-Verhältnis sei, ist auch nicht so... Gut, ne. Aber wir haben schon mal einen Kold. Das ist Top-Tonsphäre, oder? Nicht einmal. Hahn zu Leipzig. Hä? Wieso sind wir jetzt so Leipzig, gell? Leipzig hat doch in... ...in FIFA... ...50 Millionen Budget. Und wir kriegen jetzt mal raus, was gut ist. Die haben da 50 Millionen, ne? Das ist... ...verdammt viel. Leute haben's akzeptiert. Mal schauen. Jetzt haben wir da noch Fakas nachholen. War auch was besser, he? Wenn wir's Geld hätten und... ...oder mal investieren so ein bisschen in die Jugend, dass die Jugend so ein bisschen besser ist. Schauen wir mal so... ...für Mächter 7. 7000 Mächter. Für ihr war wichtig für die erste Mannschaft. Das heißt, es ist immer essenzieller. Wichtig für die erste Mannschaft. Die Scheiß kam ich da. Ja, jetzt bin ich ganz an Kostauer in Westburg. Das ist auch Fussmühle, äh. Es ist früh, jetzt wie... Margareta, wir haben jetzt die Abschlussberichte hier. Und da schauen wir mal rein. Ich so, der war nicht schlecht, ne? Ah, 2016. Wollen wir mal schauen. Okay, die haben sie eh erledigt. Ja, den Kostauer vergessen. Margareta, den Kostauer vergessen. Und wenn wir dann schauen... ...wollen wir wirklich schauen, wenn ich einen Innenverteidiger... Ja, schauen wir da gleich rein. Was sagen sie denn zu... ...Hardmira, 8er. 8er? Nicht so. Gut, bei der... ...bei der Hardmira. Wir kriegen ja schon wieder zu fahren. Jetzt fahren wir der Elznegg. Was ist denn da los, ne? Was ist da los? Elznegg, 4 Tage, ja. Super. Ja, und ist ein Wahnsinn. Ganz viel Angebot für Prada. Ja, komm. Unter 70 sind bald ein. Ich denke vor allem schon zum Spielen. Eine neue Mannschaft, bitte. Hammer in Österreich, ich habe nicht viel. Allein hat er akzeptiert. Ich weiß, ein Abschub. Weiß ich schon, wie gut das ist. Nein. Darum warten wir noch. Wir warten noch. Ja, ich weiß, wie der Guterland ist. 5, 4, Brandstädte, ja. Woher ist es oben? Marocamp. Gambi. Wie spricht man die aus eigentlich? Marocamp. 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 Marocamp, komm, komm, boom. Rabi, 2er. Okay. Ja, ich möchte auch noch. Ja, Alltag, 7er. Ja, ich weiß, wie der Meister. Ja, die übrigen 3, ne? Wie du willst, was du bei uns sagen? Also wir haben halt bis zum Spui, das Erste. Das wäre ja angetan, wahrscheinlich auch machen. Wir verlieren 3, Nui. Filippo, wie du, nicht der, was bei uns war. Dann war ich, tut ihr weh. Okay, das ist Scheibengeister. Sobald den letzter. 2 Monate. Ja, Alter. Jetzt müssen wir schauen. Habst du schon was zu uns gesagt? Nicht, gell? Also das tut jetzt weh. 2 Monate fällt er aus. Jetzt haben wir da was. Stadler, Stadler, Stadler. Passt. Passt. Scheiße. Warte mal. So. Wo bin ich dann? Pavelic. Jo. Mit Zwieschwitz, Zwieschwitz. Ja, ja, naja. Eben, aber. Aber gut, sonst wäre eigentlich noch. Die waren zu gut. Pots, wenn das fast zu wenig. Leine, ja, einen Tag noch kommt. Jetzt müssen wir schnell. Wir müssen schnell wieder von oben lösen, weil sonst. Sonst ist das ja scheiße. Aber ich möchte jetzt eh ein bisschen vorankommen bei den, bei der Sache. Weil, wenn ich bei den anderen YouTuber schaue, wie zum Beispiel der Hansus, der ist schon in der Winterperiode. Periode, also, also, schlecht da. Leine. Ja, Mann. Ich habe fast keinen Akku mehr. Also, also, ich muss jetzt weiter tun. Ähm, mein Akku bei der Kameratle auch bald einmal. Also, wundert es euch nicht, wenn ich mal weg bin. Und, ähm, ja, das ist mir wurscht. Was sagen Sie zu uns eigentlich? Die Ausdebatte ist eh bald vor der Tier. Sonst sagen Sie nichts mehr. Ja, Stefan Leine haben wir gewollt. Das weiß ich auch. Wegen den Innenverteidiger da jetzt noch. Wenn wir dann noch schauen. Sonst sagen Sie es neunter. Neunter ist scheiße. Ähm. Ja, ja, ja. Ähm. Innenverteidiger schauen wir gar weder in der nächsten Partie. Nächsten Partie. Beim nächsten Mal. Ähm. Nehmen wir weiter da, weil die Scheißkamera ist bald wieder gewohr. Ja, schön. Aber wie viel Geld haben wir da noch rum? Als, äh, WRC-Viertel. Was ist denn da los? Ja, spielen wir dann daheim gegen die Ausdehre? Ich meine, das war ja. Jetzt sind wir auf der Endcard. Über mir ist die letzte Video von der Karriere halt. Und, die Bewertung hat mich frei. Über Abo hat mich frei. Und ich hoffe, wir haben wieder so viel aufrufen wie letztes Mal. Das war sehr gut. 40 Aufrufen. Ich freue mich gierig. Und 15 aber nicht noch jetzt. Dankeschön. Und ich hoffe, wir sehen Sie beim nächsten Mal wieder. Und ich sag, Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. ab Welle.